Ein Qualitätsmanager ist für das Qualitätsmanagement verantwortlich. Qualitätsmanagement bezieht sich auf die Lieferung optimaler Qualität in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen. Der Beruf des Qualitätsmanagers kann in allen denkbaren Branchen auftreten, aber im Allgemeinen wird ein Qualitätsmanager für die größeren Unternehmen arbeiten, die ihre Qualität steigern oder garantieren wollen. Neben der Bereitstellung optimaler Qualität können andere Dinge wichtig sein, wie Gesetze und Vorschriften und Umweltstandards, die verbessert werden können. Die Überwachung und regelmäßige Berichterstattung an das Management und andere Stakeholder sind wichtige Aufgaben als Qualitätsmanager. Der Qualitätsmanager ist auch für die Führung anderer Mitarbeiter und die Kontaktpflege zu allen Stakeholdern verantwortlich. So spezialisiert sich ein Qualitätsmanager auf Qualitätsmanagement, das sich auf verschiedene Arten von Qualität beziehen kann. Kurz gesagt, Qualitätsmanagement lässt sich am besten als Streben nach höchstmöglicher Qualität von Produkten, Dienstleistungen oder Produktionsprozessen beschreiben. Qualitätsmanagement ist keine Selbstverständlichkeit und kann sich auf alles beziehen, was mit Qualität zu tun hat. Mit anderen Worten, die Verbesserung der Dienstleistungen einer Organisation kann auch in die Verantwortung eines Qualitätsmanagers fallen. Wenn ein Qualitätsmanager für die Verbesserung der Produktionsprozesse verantwortlich ist, kann es auch einen Prozessmanager geben. In der Regel ist ein Qualitätsmanager auch aktiv in Innovationsprojekte eingebunden. Dies ist der Fall, da Innovation in der Regel nicht losgelöst von der Verbesserung der Qualität gesehen werden kann. Qualitätsmanagement kann sich auch auf Bildung beziehen, was das Wissen und damit die Qualität erhöht.